... zum Publikum, zu dieser Stadt und heute haben wir Gelegenheit, diese Verbundenheit gewissermaßen zu unterbauen, sie auch zurückzugeben und Staatsminister Heubisch wird Jonas Kaufmann nun den bayerischen Kammersäcker verleihen. ... nach München, nach Bayern, nach Deutschland zurück und diese Backpackheiminnen gegenüber will die bayerische Staatsregierung zeigen, indem wir Ihnen den bayerischen Kammersäcker-Titel verleihen. Und glauben Sie mir, als ich letzten Donnerstag gehört habe, was hier in der Münchner Oper am Mittwochabend los war, dass einer die Jonas Kaufmann sagt, nein, ich lasse das Publikum hier nicht mehr hin, ich springe ein, wo ich eigentlich in den Prob in Salzburg bin. Das war für mich, ich weiß, da hat Ihr Herz geschlagen für dieses festste Publikum herzliche Gratulation und eines müssen Sie allerdings schon wissen, Sie müssen mindestens sehr oft in München arbeiten. Applaus Applaus Vielen Dank.